Ach Kinder, hier steht da, strahlend leuchten, wunderschön, unter dem Baum. Äh, nachher. Ja, und für den Herrn Weihnachtsmann ist ja der Weihnachtsbaum so eine Art Tiefgarage. Doch. Ja, und wo packt er denn sein ganzes Gerödel in Form von opulenten Geschenken? Unter dem Baum. Und wenn du die ganz dicken Dinger hier unter dem Baum haben willst, dann brauchst du auch nicht platt unterm Stamm. Ja, und im Prinzip sind so Weihnachtsbaum ja wie Frauen. Klar können die oben oben super aussehen, ne, dolle Figur haben, hier schön mit Schmuck am Körper. Aber so richtig spannend wird doch die Nummer erst, wenn du mal unter Pellchen guckst, was da so geht. Ach Kinder, also in diesem Sinne, wuckelige Weihnachten, lasst euch reich beschenken und vor allem, lasst euch nicht ärgern. Und wenn doch, dann gebt mir Bescheid, dann geht der Papa mal schön mit euch zum Betriebsrat. Und dann geht der Papa mal schön mit euch zum Betriebsrat.